Hallo und herzlich willkommen heute mit einer neuen Kritik, denn heute geht es um die Serie Deutsches Haus. Das ist eine neue Disney Plus Original Serie aus Deutschland, die sich mit den Auschwitz-Prozessen 1963 in Frankfurt beschäftigt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die junge Eva, die ist Dolmetscherin für Polnisch und soll anfangs nur einen Zeugen befragen. Doch dann erfährt sie das erste Mal von Auschwitz und möchte mehr erfahren und wird zur Dolmetscherin bei den Gerichtsverhandlungen, wo die Offiziere, die damals im Konzentrationslager gearbeitet haben, vor Gericht stehen. Das Ganze basiert auch auf einem Roman, man muss allerdings dazu sagen, das Ganze ist hier fiktionalisiert und vor allem auf eine Person zugeschnitten, die es so in dieser Form in real nicht gab. Denn das Ganze ist eine Geschichte sozusagen rund um diese Prozesse und wir erfahren die ebenso mit Eva zusammen. Das ist auf der einen Seite gut, weil man so einen leichteren Zugang zu diesem doch sehr schwierigen Thema bekommt, auf der anderen Seite aber auch etwas zu leicht im Sinne von, dass man wirklich einige Sachen nicht im Detail erfährt. Denn wir haben hier natürlich alles noch rundherum. Eva soll auch mit ihrem Freund verlobt werden und der hat aber auch noch Probleme. Und wir haben hier viele so kleine Side-Stories mit dabei, die dann so von dem Hauptprozess ein bisschen das Gerichtsdrama rausnehmen und mehr in dieser Welt. Aber das ist auch interessant gestaltet, weil wir nicht nur sie haben, sondern auch von einigen der Angeklagten aus deren Familie da ein bisschen rundherum was erfahren. Also das ist schon gut erzählt. Aber auf der anderen Seite weiß man auch immer nicht so, okay, was ist davon jetzt echt und was nicht. Und ich mag eigentlich, wenn es um so wichtige, wirklich wichtige Sachen aus der Geschichte geht, schon sehr, dass es darum geht, dass es auch originalgetreu erzählt wird. Und das ist leider durch den Roman und auch hier jetzt dann durch die Serie nicht eins zu eins der Fall. Und deswegen muss man da sich wirklich vor Augen halten, das war nicht genau so. Dementsprechend aber muss man sagen, vom Spannungsteil her, das ist toll gelöst. Er hat die Serie schafft echt tolle emotionale Momente und man muss auch sagen, die Hauptdarstellerin Katharina Stark ist wirklich gut. Die kriegt es hin, dieses Junge, anfangs naive, aber dann Verbissene und Starke richtig gut umzusetzen. Also das macht einfach nur Spaß zuzugucken. Andere bekannte Gesichter haben wir ebenfalls mit dabei, wie zum Beispiel Anke Engelke oder Max von der Gröben. Also der Cast ist hochgradig besetzt, kennt man viele der Darsteller. Und insgesamt mit den fünf Folgen war es mir fast ein bisschen zu wenig, um wirklich diese Tiefe des Themas gut mitzuerfahren. Es ist mal gut, in Anführungszeichen, das wegzugucken und auch dann informiert zu sein. Aber es ist mehr Unterhaltung als wirklich Information dabei und das ist so ein bisschen schade. Dementsprechend am Ende ist es eine Serie, die hochwertig produziert ist, tolle Bilder hat und vor allem auch eine starke Hauptdarstellerin, die das auf jeden Fall trägt. Auf der anderen Seite ist es leider storytechnisch ein bisschen zu verwaschen für mich. Deswegen aber trotzdem, weil es wichtig ist, dass viele Leute das erfahren und viele wahrscheinlich auch sich heute noch nicht genauer damit auseinandergesetzt haben mit dieser Geschichte von Deutschland. Vier von fünf Punkten für die Geschichte insgesamt oder für die ganze Serie toll geworden. Mehr davon. Ich hätte mir gewünscht, dass das Ganze vielleicht auf zehn Folgen geht, damit man einfach mehr hat. Das wäre einfach toll gewesen, weil die Produktion, die Geschichte hätte es auf jeden Fall hergegeben. Das war es soweit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alle das gerne da oben hoch habt, schaut auf dem Kanal vorbei, aktiviert die Glocke in diesem Sinne. Bis demnächst und immer schön weiterzocken. Ciao.